es ist tiefer dezember wir schreiben den dritten des dezember ist und ja auch ich habe noch den berühmten frosch im hals denn das werk ist noch nicht vollbracht ich dachte mir heute morgen paulo paulo du musst mal wieder anfangen deine gedanken aufzuzeichnen und ich schreite gerade nach unten hab hier so ein eimer sieht man jetzt gar nicht mit ein bisschen holz drinnen um nachher oder heute nachmittag wenn ich vom krafttraining zurückkomme mir oben hier in meiner kleinen kascheme ein wenig ein feuer anzumachen und als ich so daran dachte das mal auf video aufzuzeichnen kam mir auch gleichzeitig der gedanke dann musst du den menschen da draußen aber auch erzählen was es mit dem feuer auf sich hat ja leute passt mal auf umso mehr wir vergiftet sind umso mehr wir zugeschleimt und verstopft sind umso öfter machen wir ein feuer an das ist nur egal ob es so ein holzfeuer ist oder hier ein heizkörper an der wand wo die gastherme denn im keller ein bisschen vor sich hin gluckert bevor sich hin brüllt oder wie auch immer das hat folgende behandeln ist ein körper der vergiftet ist und zugestopft und verschleimt der befindet sich natürlich im entschleimungs im entgiftungs modus und normalerweise hilft ihm dabei der vater im himmel aber wenn der im winter nicht da ist müssen wir uns den vater aus dem himmel irgendwie rausholen und hier irgendwie künstlich her schaffen und so wird das dann früher auch mal gewesen sein erst haben wir angefangen unnützes zeug zu fressen und als das unnütze zeug dann nicht mehr aus unserem körper hinaus wollte haben wir dann herausgefunden dass der vater im himmel und die engel der luft und wie sie alle heißen ja die wasserengel auch noch dass sie uns dabei helfen das wieder aus dem körper rauszukriegen weil das da so hartnäckig drin festsitzt ja aber im winter ist nur der vater im himmel gerade für die nordmenschen nicht stets zur verfügung und ich schätze mal deswegen haben wir uns da im feuer ausgeholfen hätten wir niemals angefangen scheiße zu fressen hätten wir das auch nicht nötig gehabt mit dem feuer das heißt wenn wir jetzt wieder eine revolution durchmachen also erstmal wieder eine rückentwicklung die in dem sinne keine rückentwicklung ist sondern eine entwicklung dorthin wo wir eigentlich mal her gekommen sind da möchten wir ja wieder hin zurück weil ja die da oben da irgendwie ja scheinbar wissen wollen ob man das von alleine schaffen oder nicht ja ich bin der meinung wir schaffen das allein nicht alle von uns aber einige können das schaffen man braucht ja bloß viel beschäftigung für die linke gehirnhälfte die macht uns sonst immer ein strich durch die rechnung ja jetzt haben wir mal schon angefangen die richtigen sachen zu essen und ja die richtigen sachen zu machen gerade jetzt im winter du ist ja gar keine gartenarbeit da und sonst auch nicht viel und kann ihm schon gleich die decke auf den kopf fallen und deswegen habe ich einen kleinen geheimtipp falls euch mal im winter die decke auf den kopf fällt treibt sport treibt viel sport das wirft euren inneren ofen an denn das licht eures vaters schlummert ständig in eurer brust bei den meisten nur auf sparflamme und das ist eigentlich schade umso mehr wir uns im winter also bewegen und unseren inneren ofen unseren inneren unser inneres licht praktisch aktivieren haben wir es nicht nötig uns im außen ein feuer zu machen meine hier sind jetzt in dem raum und jetzt zwölf grad celsius und habe mir also nur ein paar leichte sachen übergeworfen also meine fischer hose hier und meine alt bewährte jacke vielleicht kennst du noch der ein oder andere mehr habe ich da nicht drunter klar und die bettwärme sozusagen die ich ja mit aus dem bett raus geholt habe die geht jetzt nicht ganz so schnell weg sondern viel viel langsamer das heißt sie ist vielleicht bis mittag ist sie vielleicht weg und es röstelt mir wenn ich jetzt zwischendurch natürlich immer ein paar mal draußen bin da haben wir es minus zwei grad und der wind geht ordentlich dann dauert das natürlich nicht so lange bis mir die wärme aus dem körper raus ist und ich irgendwie ja mir entweder dickere kleidung überwerfen sollte oder halt in dem fall jetzt hier ein bisschen apfelmus essen selbstgemachten apfelmus oder selbstgemachtes apfelmus und dann mache ich mir ein paar warme gedanken ja wer denkt wer hat seinen kopf herausgesetzt wir haben hier ein schönes haarwerk ja also das mit den langen haaren ist schon praktisch da braucht man kein schal mehr kann man sich den hals so zu decken ja gut in diesem sinne genug gequatscht ich wünsche einen schönen und schönen tag auf wiedersehen guten tag ja der tag schon wieder fast rum ja kaffeezeit aber ja die sonne verkrieft sie jetzt schon wieder ja ich komme gerade zurück von einem kleinen einkauf habe mir leckere öpfel gekauft von hasselbach in schenkenberg da waren die letzten tüten die heute da lagen und unschlagbarer preis darf ich gar nicht erzählen dann war ich noch am hebermarkt und schenkenberg da habe ich dieses utensil geschenkt gekriegt das ist keine glocke nein war irgendwie schon ja damit kann man kerzen auslöschen letztes mal habe ich eine stoff tüte ich schenke kriegt so ist das leben recht angenehm und erst mal hier rein ja ich sitze denn hier sitzen ja klar ich stehe denn hier gerade so immer halb der mann und es mein apfel da kommt mir noch was in kopf zum winter hin und im winter will uns mutter natur ja lieb ganz dolle lieb kühlen deswegen schickt sie so viel kälter ja dadurch werden unsere körper gekühlt und wenn das jetzt expansive körper sind also jetzt meinetwegen hosengröße 52 dann kann das gut möglich sein wenn man nicht so viel ist wie so ein bescheuerter sozusagen sondern moderat und nur gut die guten sachen also hier apfel und spinat zum beispiel dann kann man wenn man die rest auch noch richtig gemacht hat kommt man denn ins nächste jahr in den sommer hinein mit einer hosengröße weniger also nicht 56 oder was hatte ich gesagt am vorhin naja vorm winter 56 und nach im winter 54 oder auch 52 es geht ich habe es probiert es funktioniert unser körper wird also kleiner und jünger zum winter hin und durch den winter und wenn der winter vorbei ist haben wir einen jüngeren dichteren körper wenn wir den rest auch alles richtig machen wenn wir uns richtig ernähren und auch sonst jetzt hier im haus nicht wie die bescheuerten heizen weil man schön 20 25 grad haben sondern moderat so dass man hier in der küche haben wir zum beispiel neun grad jetzt 8,8 das ist für die küche super temperatur auch für die sanitäre anlage ist das eine gute temperatur und so living room mäßig also wohnzimmer arbeitszimmer da wo man sich am meisten aufhält wie gesagt es gilt immer noch da habe ich jetzt momentan ich habe gerade geguckt 15 grad im arbeitszimmer im zentrum des hauses sind im winter immer so um die 12 bis 15 grad wenn ich jetzt mal den holzofen anmache ist natürlich mehr da kommt auch energie aus dem holzofen da muss ich zusehen dass ich den tag denn na wenn ihr äpfel weniger esse und muss mal gucken dass die energiebilanz denn am tals endlich stimmt das merke ich zum beispiel ganz gut am nächsten morgen ob die energiebilanz am vortag gestimmt hat oder nicht und vor allen dingen wo die energie her kam die energie die ursache wenn jetzt die energie aus müsli gekommen ist spürt das am nächsten tag ich fühle mich rotzelend und habe schmerzen am ganzen körper kommen kommen die energie vom apfel dann fühle ich mich wunderprächtig also so wie man sich fühlen sollte worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte ist wieder die sache mit dem schleim und den fremdstoffen die hier sozusagen eingeschleimt werden also die fremdstoffe die dann unseren körper hinein gelangen lassen weil eigentlich die ursache und der schleim ist nur die wirkung und im winter haben wir halt die reaktion des körpers wenn der körper sich dichter macht ja verdichtet dann wird sozusagen dieser schleim aus regelrecht aus uns hinaus gepresst wie der saft aus einer zitrone ja wenn wir die zitrone so komprimieren dann platzt die irgendwann an der säule platzstelle zum beispiel und dann kommt da der saft raus und bei uns ist es im winter halt so wenn wir zu viel schleim im körper haben ja die kälte tut uns auch komprimieren verdichten unsere körper und irgendwo ist dann eine soll platzstelle da kommt es als allererstes raus und das ist bei den meisten menschen die nase und der mund ja und früher habe ich immer gesagt die rotze immer runterschlucken natürlicher reinigungsweg von außen nach innen ich weiß nicht was mich da geritten hat ja das ist schon ein paar jahre her aber ich war damals der festen überzeugung die rotze aus der nase ist am besten wenn man die runterschluckt heute weiß ich das muss raus das muss raus ja also am besten einen Spuck ja einen Spuck so werden wir vom winter sozusagen ausgequetscht aber nö nö nöse von den hundertaffen tun ja mal wieder scheiße nachstopfen immer ründer und da braucht man sich die wundern dass man eine so komische Krankheit hinkriegt wo sich irgendwelche Quacksäure mal urisch lautenden Namen für ausgedacht haben man braucht jetzt ja nicht alle aufzählen das wort krankheit reicht schon alleine die gehören da alle rinnen alle 20.000 krankheiten oder wie viele da sind haben alle eine ursache mandometer zu viel schleim im körper und bei die fleischfresser kommt noch dazu zu viel alter ja und andere verwesene teile im eigenen körper ursächlich so er vom eigenen körper ja also ausgediente zellrückstände oder rückstände von ausgedienten zellen die der körper nicht richtig ausscheiden kann weil er verstopft ist das geistert ihnen dann alle da in die flüssigkeiten rum im blut in der lümpflüssigkeit und muckert da vor sie hin und deswegen stinken die menschen nur alle so aus jede pore die brauchen nur einen arm hoch machen und schon ist der umkreis vergast manche menschen dann zu dem kmeo zählen die riechen dann mal an so einem achselschweiß und er kann genau sagen was dieser mensch hauptsächlich die letzten zwölf monate gegessen hat da habt ihr einen richtig guten freund wir kennen uns schon über eine dekade und ich habe so eine feine nase dass ich rieche und ich erinnere mich noch die letzten paar monate wieder menschen auf dem fleischstrip du riechst richtig nach bratwurst imbissbude genauso hat der auch gebrochen wie im imbissbude und da wusste irgendwas der hauptsächlich essen tut an mir selber habe ich auch getestet wenn ich mir dann zum beispiel mal so ein harzer roller hole und den mal esse den riechig und schmeckig gehen am nächsten tag an mir wir brauchen nur den arm hoch machen oder mal die nasen schnodder auf die zunge zergehen lassen schon riechig da ist er der käse nur als weiß wie funktioniert tatsächlich wenn man wenn der körper schon halbwegs rein ist dann hat man so feine sinne plötzlich dass man das riecht man riecht ob das mensch ist der hauptsächlich sich von getreide ernährt man riecht ob das mensch ist der sich hauptsächlich von kartoffeln und fleisch ernährt der triecht man alles weil man selber von sich selbst die rüche ja auch aus vergangenheit kennt und jetzt hat man diese erinnerungsvermögen dieses geruchserinnerungsvermögen hat man jetzt aktiv und schluppert sich so durch die welt ist einfach nur herrlich ja gut so jetzt bei mir von dem thema ins andere habe sehr sehr viel zu erzählen habe die letzten monate mit absicht nicht die kamera angeschalten erstens weil ich nicht weiß ob da überhaupt jemand hören möchte und sehen möchte noch dazu und auf der anderen seite denke ich immer ich schließe mal von mich auf andere entwicklungssprung mache denke ich immer die anderen machen das auch gerade durch aber nie dem ist nie so ja deswegen wie die sind ja auch ein bisschen so in die weite welt hinaus wie hinziehen klein um mir einfach noch mal vor augen zu führen dass es nicht so ist wie ich denke dass da viele 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 menschen sind die noch nicht mal eine ahnung davon haben und wenn dann menschen da sind die wenigstens schon eine ahnung von haben sie gerade mit ihren inneren dämonen kämpfen so soll ich oder soll ich nicht und da hat es mir dann richtig spaß gemacht zu intervenieren also mich nicht einzumischen aber kurz mal für ein paar tage was vorzuleben und hat dann bei dem einen oder anderen menschen auch funktionieren die essen jetzt kein fleisch mehr die rauchen nicht mehr die überdenken gerade ihren bierkonsum und so weiter das ist wahnsinn und das muss ich aber auch erstmal alles in meinen schädel kriegen das liegt nur allein durch meine präsenz und durch die wenige worte die ich wechsel so ein resultat dann an anderen menschen erreichen und ich bin da gerade nicht zimperlich ich sag was ich denke und jetzt auch mal mit einem ton wo ihn oder andere zart beseitete wesen eine falsche interpretation reinpacken kann ich meine haare brauche ich auch nicht mehr so oft waschen muss ich mich auch erstmal dran gewöhnen die werden auch nicht mehr so schnell fettig da müsste ich jetzt unmassen von fett essen oder so dass die haare wieder fettig werden oder eine zeit lang habe ich mir auch mandelöl in haare schmiert um einfach dieses gefühl zu haben dass die haare leicht fettig sind ja aber inzwischen hat mich daran gewöhnt dass die halt nicht mehr so leicht verfetten die haare und ja man muss sich halt immer öfter am tag mit der hand durch die haare streichen dann kriegen die auch ein bisschen ja den schmutz von den händen rin und irgendwann haben sie dann halt wieder so den zustand dass man sie waschen kann ja und das gehört alles zu der Umgewöhnung mit zu ja dass man irgendwie die programmierung da leicht umprogrammiert mit leicht meinig langsam weil wenn das zu schnell geht das hat auch psychologische Auswirkungen ja auf die Psyche das kommt ja auch nicht hinterher also man setzt sich da irgendwie ein Ziel und man hat die Grundvoraussetzungen so körperlich gesehen um das zu vollführen und dann passiert's ja man macht's am Anfang nur zögerlich dann wird's durch Verinnerlichung des Wissens wird's ein Selbstläufer ja und ehe man sich versieht ist ein knappes Jahr rum und man schaut in den Spiegel und sagt boah ich kann jetzt ja nicht mehr zurück ja wir haben ja ein dreiviertel Jahr eingeredet die Erdnüsse sind nicht gut für meinen Körper und jetzt sind sie auch nicht mehr gut für meinen Körper und na klar da muss man dann ausprobieren durch Essen der Erdnüsse ob das jetzt ob die noch verträglich sind oder nicht und bei mir zum Beispiel wenn ich Erdnüsse esse krieg ich einfach eine dicke Zunge und Reizhusten und mein Körper will die Erdnüsse nicht mehr ist das geil ja früher mal diese Allergiker und so die hab ich immer beneidet weil die können nicht anders ne und wir anderen Drogensüchtigen ja wir konnten irgendwie alles in uns rind stopfen ohne drüber nachzudenken was das dem Körper anstellt ne so und jetzt ist es inzwischen soweit dass ich aussortieren kann und zu diesen Zwecken muss man halt ab und zu mal äh so Kostproben nehmen von Sachen die man schon eine Weile nicht mehr essen hat und wo man sich irgendwann mal angefangen hat einzupflanzen das ist nicht gut für meinen Körper oder manchmal haben es auch andere für einen bergstellig ne also da hat zum Beispiel jemand eine List darstellt so diese Nahrungsmittel kann man essen die sind nicht so gut so und wenn man jetzt jeden Tag eh mal über diese Listen rüber fährt so wie ich gehe hier hab mir hier was angehangen hier in der Küche bin ich jeden Tag mindestens einmal meine Augen streifen drüber erblicken aha blabliblub ja und schon gräbt sich das ins Bewusstsein ein und wird zu Geist und ja ja irgendwann folgt der Körper und dann steht man da probiert mal ach naja mal gucken die Erdnüsse hier und nächstes Tag hat man dicke Zunge und schon 5 Minuten nach dem Verzehr von den Erdnüsse Reizhusten wo kommt denn der Reizhusten her ja alle so eine Sachen äh ne Schale Müsli hab ich neulich erstmal wieder ausprobiert bumm dicke Zunge geschwollene Lippen kann ich nicht mehr essen und wenn ich's mache muss ich mich halt drauf vorbereiten dass er die Reaktion gibt so diese Reaktion die zeigt der Körper aber nicht pfff weil er heute gerade Dienstag ist nee die zeigt er weil er damit sagen will never 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 again ja nie wieder ich will kein Müsli mehr essen nix Ziträde nix Haferflocken weg damit pfui bäh ja gib mir mal die Möhrchen oder den Apfel oder gib mir mal die Gemüsekürbis Gemüsekürbis übrigens sind's lecker fast starke frei und hauptsächlich nur Wasser ja hier schon zwei Kilo von vernascht in den letzten Tagen im Backofen hier backen bei 150 Grad eine knappe dreiviertel Stunde lang und dann der schmeckt naja nuscht aber ist hauptsächlich nur Wasser und äh heute hat mich gefragt man überhaupt im Backofen backen muss so wie in Hokkaido zum Beispiel in Hokkaido da ist so viel Stärke drin wenn man den im Backofen backt wird der richtig süß ja süß wie eine richtig reife Banane ja und da wird verständlich aha deswegen wird der hier backen damit die Stärke sich schon im Backofen durch die Hitze in Zucker umwandelt ja Fruktose Glucose was unser Körper ohne eigenen Energieaufwand absorbieren kann und was wichtig ist assimilieren kann ja Stärke tut der Körper zwar auch absorbieren aber er kann davon nicht alles assimilieren und das was nicht assimiliert werden kann ja das gedönst das schwebt dann durch unsere Körperflüssigkeiten und es ist Dreck Fremdstoff ja und muss ausgeschieden werden und für diesen Aushellungsprozess muss der Körper Energie aufwenden und irgendwann hat man diese Energie nicht mehr und deswegen sehen die Menschen heute auch alle so aus einen dicken fetten Mumie im Bauch und dünne Arme und dünne Beene weil der Körper sich selber auffrisst weil er die Energie braucht um ja die ganze Scheiße loszuwerden und wenn wir jetzt halt nicht mehr so viel Scheiße fressen oder am besten Janus und wieder anfangen uns viel zu bewegen und so baut sich unser Körper wieder so auf wie es sein soll ja breite Kreuze breite Schultern äh Westenteil schmale Hüfte ja wenn man Läufer ist oder ein Fahrradfahrer so wie ich dann auch noch ja doch schon ganz schön dicke Oberschenkel nicht mal so eine dünne wie früher und so weiter und so fort ne also ich kann im Moment gerade da bei zugucken wie sich mein Körper wie sich da so ein neuer Körper aufbaut und der alte immer mehr verschwindet und mit dem alten Körper verschwinden auch immer mehr diese Gedanken und diese Hiebers ich möchte das jetzt essen also ich gehe heute zu Tage in den Supermarkt hier in Melfing-Kaufland in Wust und die haben da so ein riesen Brot und Brötchen und ja hier drei Produkte Abteilung nur ein, zwei, drei Gänge und da legt dann heute nur noch durch und mach mal die Klappen hoch und riech mal hmmm riech mal leckere Brötchen aber ich habe kein Verlangen mehr darin zu lang und die mitzunehmen ja das riecht zwar schön genauso wie ich wieder gegrillte Fleisch riechen kann und das riechen das das geht alles ja guck mal hmmm riecht ja nach leckerem Grillfleisch aber ich kann das nicht mehr ich nehme das nicht mit ich wüsste nicht was ich damit anfangen soll wenn ich das esse wird mir speiübel spätestens einen Tag später und den kriegt die Scheißerei Kotzerei und Hasse nicht gesehen ähm ja soviel vom Geist und von der Materie ähm ja mach ich jetzt das Nähtäschchen mal zu ich hab nur so ein paar Sachen zu erledigen ähm ja bis die Tage ja Paul und wie es hier ganz dunkle wird sag ich mal zu euch abschalten tschüss tschüss zum Beispiel bei den Temperaturen und man an den Beinen an den Beinen und an den Armen nur sehr leicht bekleidet ist so wie ich das praktiziere und den Kopf immer gut einpackt ja so Mützchen ne oder hier viele viele Haare dann dann tut einem ja die Kälte sozusagen die Beine und die Arme in dem Moment verdüchten durch den Fahrtwind und die Kälte halt ne das 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 quetscht sozusagen diese Extremitäten regelrecht aus und ja der Schleim wird dann nach oben gequetscht und schon kommt es einem raus ja und je nachdem wie viel Schleim man im Körper hat siftert dann hier raus oder es nur so ein kleiner Truppen ähhh ne Moment immer schön raus damit